Was verarbeitet, was uns allen schwer gefällt ist, nämlich meine Eltern sind beide gestorben und das ist quasi der Song für meine Mama und meinen Papa, deswegen berührte mich jedes Mal aufs Neue damit, also ganz, ganz großartig Marco, wirklich, mit 14 hätte ich noch nie so einen Song geschrieben, deswegen mega krass. Aber wir lassen ihn doch nicht gehen, nein! Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018